ein Material Nr neuer Versuch ich würde kann man bei dem um am Sporn lang gehen und ich weiß aber dann ausgeschmissen wird ich mache es einfach mal wenn ich es dann die Folge einfach mal vorbei wobei er geht auch hier da kommst du ganz gut durch ihr wollt kommen muss gerade im Weg aber ich bin trotzdem tot weil der Typ mit der Panzerfausten auf die Eier gegangen ist gerade mit der Battlers Bazooka oh das war jetzt gerade richtig geil verabschiede dich von deinem Geheimnis Spaß also ähnlich hat er gerade gesagt aber scheiße mich hat erwischt aber es liegt weiter vorne ja das ist immerhin mal gucken ob wir da noch ein 8-8 draus machen können dann 20-8 komm stirb ja ich hab's gerade gesehen ich hab's gerade gesehen ins Geheimmaterial mal gucken ob ich jetzt hinkomme wir müssten jetzt nur das ganze Team irgendwie koordinieren das wäre geil also das Heimat ist ja gut lauf Michael lauf was sagt er nun die roten scheiße ich habe gerade wir stehen gerade zwei Spanze übereinander das hättest du sehen bei blau ja bei uns oh ich komme gleich mal hin das möchte ich auch sehen ah ne scheiße ich da hat mich gerade von hinten umgebracht blöder Scout aber das ich glaube jetzt mal und rum das möchte ich mal angucken gut ich kann jetzt keinen Screenshot vermachen aber ich hab's ja in der Aufnahme drin hoff ich wobei doch mit F12 ah ja ja nerven die rum hier ah ja dort in der Ecke ne alter wie geil ist das denn das hab ich auch noch nie gesehen solange ich schon TF2 spiele ah ich hab ja ein Screenshot gemacht select grad und das schon 55 Stunden lang naja naja ich komm da oben an in die Ecke hier zu laufen war eine schlechte Idee mein Freund Feuer 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 jeder mag Feuer 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 steigen gerade alle irgendwie auf Pyro um ich bin schon am dritten vorbeigelatscht daher mich aber kurz wie angegriffen oder immer zumindest weil ich einfach mal einen Kiel nach dem anderen Macher es ist einfach sagenhaft scheint Lester hätten wir aber alles muss noch gehen lassen ja das stimmt ich würd mal sagen wenn's um neun ist mach ich auch mal das Video vorbei oh ne ne ich guck dann einfach mal kurz auf meine Festplatte wenn ich mal irgendwie wieder tot bin guck ich gegen neun immer drauf weil es ganz so lange kann ich nämlich nicht aufnehmen mit der Leuchtpistole will er mich angreifen wer es glaubt wird selig ich glaube nicht ich aber ich bin nicht und ich bin auch nicht selig so rum ja ja hier Pyro komm stirb 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 ah engine komm engine halt scheiße der hat mich umgebracht cool alles war noch das Geld mit und ich bin nur noch auf Platz 2 dat Fox dort mich überholt Mist ich glaube spielt es trotzdem mal kurz mit dem Moment gucken macht das warum es ankommt als ich bin vor allem abgerutscht und schafft Fortschritt Feuerwehrmann 125 von 500 habe ich auch noch was vor mir so jetzt wird hier ein bisschen aufgedreht in Team Blaue natürlich die machen jetzt unten den Gang normal vollkommen zu jetzt kannst du absolut knicken nein ich habe jemanden dominieren oh ich dominiere jemanden das ist cool aber jetzt macht es gerade Spaß jetzt wo hier keine Spice mehr sind und so jetzt ist es wirklich ein schönes Spiel wo ich auch sage es macht wirklich wirklich Spaß wenn es aber so wäre ja ja brenne ihr brennt alle hier drinnen ja halt auch die Klappe auch Sentry Hörhoff ein Scheißer der Pyro kommt von hinten habe ich jetzt noch nicht gesehen gut jetzt haben wir alle in die Kommentare schreiben älter war doch voll offensichtlich du bist so ein Kack Buhl ey auch so viele Kommentare bekommst ich hatte in den letzten zwei Tagen acht Kommentare ich denke das ist schon ordentlich ja ich hab doch noch nicht bekommen das wird jetzt ein Gang Battle Scheiße ich glaube jetzt jetzt weiß ich wo ich lang genommen am Sporn weil dort oben hat er jetzt im Gang mit Sentry aufgebaut ich werde gar mal die Belegung die Teambelegung beim anderen wissen wie viele Klassen der Euro Welt wer halt welche Klasse ist es würde mich brennend interessieren Alter was von hinten ja Alter der Pyro der der Haktor X der geht mir grad so ein bisschen auf die Eier Eier Alter jetzt brett nein wieso bin ich wieder tot wo rennt er dort überhaupt lang da kann ich dort gar nicht getroffen haben eigentlich boah die Stellen ihres so so Sentrys überall hin das ist schlimm ja ja das ist wirklich so und jetzt haben wir wieder ein paar Leute gekillt weil mich ab und ein Punkt der Datad Fox nur noch 105 wenn ich glück ab hol ich ne wieder auf also Leute das ist ein spannendes Rennen hier zwischen uns beiden wobei ich hatte noch nie oben in der Statistik auftauchen sehen ganz ehrlich da bin ich ja mal so frei Alter nein jetzt dominiert er mich ja ich all den Typ mag ich wirklich nicht dass er auch ihr Dings der Pyro das nur ein bisschen zumindest im Spiel unsympathisch scheiße ich bin Team Rotwurst um und sehe ich gerade ach nein weh du zündest mich an denkt doch auch mal ein bisschen an mich nein nein schon wird er tot ja das ist jetzt ein bisschen wow hier kommt ja ne richtige Flammenwand raus hä das ist irgendwie ein Back oder so cool Leute hier guckt mal ein Back in Back in Back in Back in Back in Back 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 hui hier kommt eine Flamme aus der Wand geschossen als bleibt manchmal auf sich nur übrig ah ja du bist der A Team Rot ja ja so wenn ich das Geräusch schon hör dann stellt es mir alle Nackenhaar auf Röhrig wo gut jetzt wechsel ich mal kurz vor der Klasse auch wenn ich damit jetzt so schön gezockt hat jetzt nicht noch mal soll die Uhr ich glaube mit meinem freiheitswerfer kann ich jetzt ein bisschen bitte aufräumen beim ich habe ja schon jemanden umgebrachte wo ich ein noch gar nichts gemacht hat alle steht um in der Sentry na danke aber die Schuhe halb da und die könnte man schaffen aber damit jetzt doch noch mal ich glaube als Büro habe ich einfach besser Chancen ich weiß nicht warum aber momentan spiele ich gerade am Büro ich verkrafte die Umstellung von rot auf blau von blau roten kann ich verstehen durch Juni so wie sie es hier mit Sentrys alles dieser Okina mehr eine Doktor hinter der Ecke ist eine ok gibt's zu unter freigeschaltet ich bin dann mal weg du auch das hat schon lange das hatte ich mal gesehen gehabt stimmt habe ich mich dazu gefragt hä was ist denn das ah ja ja das denkst du dir mein Freund mein friendo jeder mag friendos komm stirb verrecke endlich los das macht doch Spaß richtig viel Spaß macht das los scheiße äh und er hat hat 111 jetzt habe ich 106 wieder fünf Punkte ich mich anhalten hier die da ist von uns okay ich habe kommen 54 Euro er hier brennen erbrennen mein Freund scheiß wie so bringt er mich um auch verdammt schützt bei dem falschen Ort das wird auch ihren Rücken Schmor das ist eigentlich genau das gleiche freust du dich ja ist das dank dir ist das dank dir ja ich weiß die überladung nein ich bin doch im anderen Team ah ja ja stimmt sorry mein Fehler ich bin ja fast bei dem am geheimen material und keine sicherung hier hinten eine noch ein sniper und weg ist das neuer ich habe das geheimen material trolle scheiße aber ich glaube dafür gab es jetzt ne 109 und er hat 117 na gut da hole ich nicht mehr auf heute aber egal ich ihr habt gesehen Leute ich war mal erster und das mit sogar ganz beachtlichen Punktzahl möchte ich ja mal behaupten gehe ich auch noch mal unten rum es hat jetzt ja so gut geklappt ah ja 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 ihr brennt doch eh alle ihr klein ja ja bucci gucci 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 na komm doch scheiße ich bin tot wie das aber das ist ja auch fast da und wenn ich glück habe ne den kill krieg ich nicht mehr dann aufgehört zu brennen meine frage war eine ne saß du mir eh nie ok es toll den sandwich rang 141 von den ganzen spielern überlegt das mal der stand gerade unten bei uns im chat rang 141 du rennen ein schein sein heiß herz zu gehen ja alter nein hä es wurde zurückgebracht ich hab's doch gerade aber jetzt hat T-Bone sein Zeug explodieren lassen na gut ich habe ja die Haftbomben gesehen es war ja eigenes Risiko aber es ist so ein schönes sieben verschoben wer hat die Bohnen ne Louis T-Bone und einst du mein Erzfeind ja ich habe mich gerecht nun du macht es echt kein Spaß doch mir hier schon ich sage bis um 9 Uhr noch wenn du wüsst kann man da noch mal nur ne kann ich nie machen if you like that bis gegen 9 ungefähr so circa zwei drei Minuten er erinnert sich nicht mehr ja das stimmt ein bisschen gestorben bist und noch nein 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 Sentry fuck soll ja gerade doch nur durch aber ich glaube die Sentry ist weg aber wir haben es jetzt fast 10 vorum ja so lange machen wir jetzt nicht mehr ich mehr wenn ihr nicht groß euch an Punkten was passiert ist ja nicht so interessant dann oh ich brauche Medik ha Medik und ich habe keine Muni mehr das ist blöd jetzt habe ich die Muni aber nur noch um 4 Alter lass mich durch Alter Achtung Spion ah jetzt ist er weg so ich hol mir kurz Muni und Leben und dann war man noch bis ich das nächste Mal gestorben und dann würde ich denken es aber mit Aufnahmen vorbei Minerloben jetzt nicht mehr so ganz viel hat ruhig erzählen was du nebenbei Marstner ja was machst du gerade zocken nein was du beim Zocken machst also wie du jetzt zockst was du gerade zockst in welcher Position damit ich die umgekehrt der Feld den Zuschauern und Bildschirm nicht gut du brauchst du aus der Gimstil und Matz Jürgen weiter du musst du dringend mal frappst besorgen oder immer reicht spiel aus okay also gut wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt die Fotos 2 ich wort noch ganz kurz mich hier gestorben bin ich er kann ja noch mit kommentieren Prozent ja ich bin sehr interessant stoppische Möbel ist nun und da jetzt totbilden gucke ich noch mal ganz kurz hier die Punkte statt ist ich rein hier ich bin wieder erste Leute denn darf andere Typ ist raus Leute schaut euch an ich bin der erste los Leute so und ich bin raus also bis zum nächsten Mal tschüss ciao